Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal DudeGaming Und heute geht's weiter mit den Elektro-Fansammeln, ne Hauptquest Damit wir vielleicht mal in so'n Titan schon langsam mal rein können Schauen wir mal was uns in dieser Quest heute erwartet So, müssen wir mit dem reden hier? Sprechen wir mal Juada Soldat Melko Horsam, keine besonderen Vorkommnisse am Osttor Alles klar, mehr hast du nicht erzählt Oh Link, wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht gesehen Ich bin Juada, vor 100 Jahren haben wir oft zusammen gespielt Dann warst du also der Hylianer, der Prinz Sidon hergebracht hat Aber ich muss sagen, in den letzten 100 Jahren hast du dich kaum verändert Ja, ich war ja im Tiefschlaf Oh, eigentlich darf ich gar nicht mit dir plaudern Ich bin im Dienst, weißt du Ich arbeite jetzt hier als Wacher am Osttor Gleichzeitig muss ich den Wasserstand des östlichen Stausees im Auge behalten Lass uns später nochmal sprechen Okay, alles klar So, dann schauen wir doch mal Ich will auf jeden Fall mal hier rumgucken Weil, gibt's irgendwie eine versteckte Kiste oder sowas Man weiß ja nie So, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Das ist ja eigentlich gleich da oben Sag mal so, eher in die Richtung hier Was ist denn das hier? Dann schießen wir mal ab Gibt bestimmt ein schönes Fleisch oder so Edelwild Nicht wundern, Leute Ich geh gleich zur Quest Ich will mich bloß hier noch ein bisschen umschauen Hier gibt's wirklich so viel zu entdecken In dem Spiel Hinten war auch noch ein Pilz Ich will ja hier nichts übersehen Übersehen habe ich mit Sicherheit auch schon sehr viel Aber Das kann man sich ja bestimmt auch später noch holen im Spiel Die Welt ist einfach riesengroß Okay Dann wollen wir nicht runter Ich hoffe, dass wir bald mal irgendeine Waffe finden Die nicht zerbricht Dass wir wenigstens, weiß ich nicht Einfach mal ein bisschen Was in der Hinterhand haben Ich habe jetzt auf jeden Fall komische Blume oder so Und ich müsste eigentlich bei dem nächsten Lagerfeuer Mal wieder ein bisschen was kochen Dass ich mir ein bisschen Bufffood habe Schleichschnecke Süßwasserschnecke mit großem Spiralgehäuse Die nachts wie ein Glühwimmchen leuchtet Als Kochzitat schärft sie die Sinne So, dass man sich lautlos fortbewegen kann Okay So, die beiden haben wir auch weg hier Oder doch nicht Jetzt haben wir wenigstens mal ein paar Pfeile Jetzt hier schon mal wenigstens 100 Stück Am Anfang hatten wir ziemlich Probleme mit den Pfeilen Weil wir da einfach zu wenig hatten Schaut schon cool aus Das Dorf Aber ich muss sagen Man merkt hier schon Dass die Wii schon ziemlich an die Grenzen kommt Rein von der Performance her Aber egal Das Spiel ist trotzdem schön Also mir gefällt es sehr gut Und ich muss sagen Ich habe noch, glaube ich, noch nie So ein großes Open-World-Spiel gehabt Wie das hier Einzige, was hier vielleicht mithalten kann Mit so einem Also mit Zelda ist vielleicht ein MMO Ja Okay So Okay Schauen wir doch mal hier rein Ich denke mal, dass wir doch sterben werden Gegen den komischen Gegner Was wir da kämpfen müssen Aber ich werde jetzt auf jeden Fall mal Speichern Ich bin Speicher-Junkie Lieber einmal zu viel wie zu wenig So Okay Schauen wir mal, wo es da hingeht Ah Schon was trinken Energy Okay WTF Das könnte ein Titan sein Aber ich glaube, wir sind doch hier komplett falsch hier, oder? Östlicher Stausee Wir sind doch hier komplett falsch Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Ich muss ja ganz woanders hin Ich muss da rüber irgendwo Ja, aber komme ich denn hier lang? Oder muss ich hier durch den See durch? Das kann man mir eher nicht vorstellen Aber schauen wir mal, was es hier noch gibt Hier ist auf jeden Fall eine Schatzkiste Ritterschild Oh, Mann Okay, dann schmeißen wir mal 18er, 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 16er, 10er Machen wir das mal weg Und nehmen uns das Ritterschild hier mit Das hat eine 16er Rüstung Oh, 40 sogar Okay Machen wir die Dinger noch hier kaputt Schauen wir mal, ob hier noch irgendwas drin ist Da ist ein Pfeil drin Okay Ein Holzpfeil Ich nehme alles mit, was ich kriegen kann Man weiß ja nie Hier ist ein Bett Hier kann ich schlafen Okay, ich brauche jetzt aber nicht schlafen, weil Ich habe ja Meine Energie ist ja voll Okay, dann gehen wir nochmal runter Schauen wir mal Wo es hier nicht lang geht Wir schweben hier raus Okay Gehen wir nochmal die Richtung Ah, da ist ein Wasserfall, gell? Mhm Dann kann ich da hochschwimmen Das habe ich mir jetzt gar nicht mehr gedacht Okay Das habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht Gehen wir hin Los, Link Zieh, zieh Yeah Okay Nimm uns das Zeug noch mit So Schleichglöckchen Schleichling Ich schaue mich trotzdem nochmal um War ich hier nicht schon? Oder muss ich da lang? Ich glaube ich muss hier lang, oder? Dann hätte ich nämlich gleich den Wasserfall hoch können eigentlich Da war ja noch einer Aber okay Gehen wir trotzdem mal hier lang Okay Ich denke aber, dass die Ebenen hier nicht passen Aber ich will ja trotzdem mal hochschauen Wahrscheinlich kommen jetzt gleich irgendwelche Riesen-Mapse Okay Okay, hier geht es runter in die Ebene anscheinend wieder Okay Gehen wir nicht runter Gehen wir mal hier hoch Das ist anscheinend der Titan dann hier hinten, oder? Konnte es sein Dass wir hier den Titanen sehen Okay, er speichert auf jeden Fall schon mal Ah, was ist da unten? Man, das ist ein großes Teil, ey Wahnsinn Okay, hier unten ist gar nichts anscheinend Also ich sehe jetzt hier nichts Ne Nope Okay Okay, dann gehen wir wieder zurück, würde ich sagen Schwimmen wir im Wasserfall dann hoch? Also wenn jemand von euch die Wii U hat Oder die Switch Holt euch auf jeden Fall dieses Game Ist zwar von der Grafik nicht mehr das Allerbeste Aber ich finde den Das passt einfach zu dem Spiel Weil der Grafikstil einfach so cool ist Irgendwie so ein bisschen comichaft Und das passt richtig gut dazu Das macht auf jeden Fall richtig fun, das Spiel Aber ich habe jetzt richtig Bock auf den Titan eigentlich So Machen wir schneller den, komm Und wo findet ihr Link? Yeah Und drauf am Felsen Komm, 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 komm Okay, wir sind oben So Da scheint irgendwie eine Tür zu sein Oder sowas Da geht es auch nochmal hoch Ich weiß sogar nicht, ob wir da ganz hoch müssen Oder nicht Schaut aber auf jeden Fall so aus, gell Dann holen wir uns alles mit Das ist eine Kröte hier Spurtkröte Kannst du lang wegspurten Maxi-Rübe Okay, was ist das hier? Da scheint irgendwie so ein Eingang zu sein Untersuchen Okay, untersuchen wir es doch mal Die Geschichte des Volkes Dem Ungeheuer und Dem Ungeheuer und Einem Kampf Entbrannte Gerade war der Prinz Einem Stein, den das Biest Nach ihm spuckte Ausgewichen, als er ihm plötzlich einsaugte Okay Mit dieser List hatte das Monster schon die Karriere Zahlreiche Helden für immer beendet Nicht einer hatte überlebt Doch als Zuschauer Sich entsetzt abwendeten Und den Verlust des Prinzenbeklagten Schrie der Octoruk auf Mit einem mächtigen Ruck Brach die Spitze einer Schuppenlanze Aus dem Bauch des Ungetüms hervor Prinz Silon hatte im Inneren des Octoruts Den Kampf keinesfalls aufgegeben Dem Monster blieb nichts anderes übrig Als den Prinzen auszuspucken Und zu fliehen Sich in Schmerzen windend Noch heute ist die Erzählung Von Prinz Silons Heldenmut Überall am Meer Von Hateno in aller Munde Okay Er hat anscheinend schon mal Gegen irgendwas Großes gekämpft Gegen so einen großen Octoruk Schauen wir hier nochmal hoch Okay wir müssen nochmal Stockwerk höher Steigen wieder auf So wo sind wir denn jetzt hier Was gibt's hier Blitzpfeile Ne Elektrofeile Okay es sind Blitzpfeile kann man sagen Elektrofeile Nummer 2 Wie viel haben wir denn von denen jetzt schon 2 Okay Okay Aktuell haben wir 2 Aber wäre ich denn hier auch nicht anders hoch gekommen Hier war ich doch vorher schon oder Kann das sein Und der hoch ist Es ist doch die Hochebene Okay Hätte ich hier auch gleich hoch gehen können Alles klar So Das hier wird Dinger Schleichling Wenn da wieder irgendwelche komischen Schlangviecher kommen Auf zur Spitze des Berges Also ich glaube das ist selber Das wären so viele Parts Leute Ist glaube ich nicht abzusehen Wie groß das Spiel wird hier Aber Ich bin jetzt schon bei Part 18 Und Ich habe glaube ich noch Eigentlich gar nichts gesehen Von dem Spiel What the fuck Das wollte ich doch gar nicht Alter was ist denn das What the fuck Wir speichern So was muss ich denn jetzt hier machen Was muss ich hier machen Ich will denn gar nichts machen hier mit dem Alter Ich bin auf Instant down What the fuck Was muss ich jetzt machen hier Okay Quest nochmal angucken Muso hat dir den Rat gegeben Auf den Donnerhorn Nach Elektrofeilen zu suchen Der direkteste Weg Auf den Berg Scheinen die Wasserfälle Österreichs Dorf zu sein Da sind wir jetzt hochgeschwommen Da du Nun eine Zorra ist und willst Kannst du auch Wasserfälle hinaufschwimmen Er klimmderst Donner Und sammle dort 20 Elektrofeile Wie soll ich denn Elektrofeile sammeln Bitch Ich hau ab Ich hätte viel nicht umbringen dürfen Okay Ich glaube Solange der mich nicht sieht Muss es eigentlich gehen Also wenn der mich sieht Bin ich down Oh bitte nicht Oh mein Gott Alter was ist denn hier los Boah Okay Wie soll ich denn die Elektrofeile Alle sammeln Ich habe jetzt aktuell Zwei Pfeile Okay der ist mir nicht Gut geschwimmen worden Trifft der mich hier Der trifft mich doch hier auf Was ist denn das für ein Scheiß Das ist ja mal ein Scheiß Die kann ja gar nicht umbringen oder Geh doch hoch da Oh bitte Oh bitte Ich bin ein bisschen aufgeregt, Leute. Okay, ich nehme irgendwer und komm. Wir speichern. Ein paar Pfeile haben wir schon. Ich weiß nicht, ob die liegen bleiben oder nicht. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da hinten ist er. Okay. Geht jetzt wieder weg? Ich glaube, er geht wieder weg. Oh, geht auch hier hoch jetzt. Ich glaube, wenn ich da in die Nähe komme von dem komischen Ding da... ...dass der dann spawnt. Da ist er schon. Scheiße. Ich gehe mal weg. Okay, das Fragezeichen geht wieder runter. 20 Elektro-Pfeile. Okay. Ich speichern wieder mal. Wie viele haben wir jetzt aktuell? 7. 7. Oh mein Gott, das ist auch noch ewig. Da ist ein Pfeil, oder? Ist das ein Pfeil? Oh Gott, da ist er. Einfach ganz ruhig bleiben. Die dürfen wir einfach nur nicht sehen, glaube ich. Da sind zwei Pfeile. Finden sie doch mal nicht. So, wo ist er denn jetzt? Da unten. Okay. Aber hier lang? Ich weiß eben nicht, ob der hier oben nochmal spawnt. Das wäre natürlich nicht geil. Okay, wir waren mal 16. Wir brauchen noch vier Pfeile. Ich speichere mal. Zeigt dem Sprung in den Stausi eure Mut, Krieger der Zoras. Okay, da könnte ich runterspringen, aber ich brauche noch vier Pfeile. Oh Gott, komm, die muss nicht hoch jetzt. Also anlegen brauche ich mich gegen den auf jeden Fall nicht. Jetzt warte mal, ich probiere jetzt mal ganz einfach, äh, speichern. Alles klar. Und dann lade ich den Spielstand nochmal. Vielleicht sind die Pfeile ja wieder dann da. Äh, laden. Könnte ja sein, dass die Pfeile dann wieder an dem Baum dran sind. Aber bei meinem Glück wahrscheinlich eher... Nope. War mir klar. Und er, wo ist er? Er ist da unten. Okay. 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 Vier Pfeile brauche ich noch, äh, vier Stück. Da ist einer. Na, jetzt kommt er gerade hier rum, gell. Gehen wir mal hier hoch. Patrouilliert jetzt hier. Da hinten werden noch Pfeile. Da hinten werden noch Pfeile. Okay. Okay. Nein. Der Pfeil sehe ich jetzt gerade nicht. Da ist einer. Hier ist einer. So, jetzt muss ich sie so haben, oder? 20. Alles klar. Alles klar. Dann werden wir mal zum Titanen gehen. Und werden dann gleich einen Körper reinmachen. Ich speichere aber jetzt auch nochmal. So, ich hoffe mal, dass der jetzt hier nicht eskaliert, oder so. Dann gehen wir mal hier hoch. So. Ist er jetzt noch da, oder nicht? Ja, doch, da hinten rennt er noch rum. Hätte sein können, dass der dann wieder automatisch weg ist. So, springen wir mal hier rein. Ich springe aber gleich mal eher in diese Richtung. Dass wir gleich am Rand sind. Nicht, dass hier gleich der Kampf losgeht. Ich hoffe mal, dass ich nicht auf den Stein drauf falle. Ums. Okay. Okay. Okay, aber dann hier rauf, weil ich glaube, bis dahinten kann ich nicht schwimmen, weil sonst verreck ich. So, da ist er doch schon. Gibt es hier noch was? Nö, schaut nicht so aus. Okay, Leute. Ich würde sagen, bevor wir den Dialog starten, machen wir jetzt aber an der Stelle einen Cut und schauen auf jeden Fall in der nächsten Folge an, wie es weitergeht. Ich werde mir hier ein bisschen schlafen legen. Und wenn wir aufwachen, sind wir schon in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, euer Andi.